Jetzt fangen die wieder an, irgendetwas wieder zu beleben. Jetzt fliegen diese ganzen Troglodyte, die fliegen jetzt rum. Schlaufen rum, fliegen rum. Was ist ein Troglodyt? Wort und Fett. Eine man-like cave creature. Also doch, aus der Höhle. Aber die sind immerhin nicht böse. Werden die jetzt gejagt? Und dann, wenn die gejagt werden, also Nekomenza geht auf die Jagd, er schießt ein Troglodyten, weil er da voll Bock drauf hat und denkt sich dann, wiederbeleben wäre auch schön. Und deswegen haben wir jetzt Troglodyten-Höhle. Ist ja nicht schlimm, haben wir jetzt halt Troglodyten-Höhle. Halt, das war falsch, da wollte ich hin. So. Der Wasserstand ist 3. Aber dann dürfen die doch eigentlich noch nicht tot sein. So, da muss wollte ich hin. Wie viel Glaubens haben wir denn hier? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Das sind die auf alle Fälle noch mehr als 14. Okay. Sie leben also noch. Jetzt habe ich nicht auf das Datum geguckt, wann wir angefangen haben, das zu fluten. Aber die gucken da jetzt seit, keine Ahnung, 2, 3, 4 Wochen zu, wie langsam das Wasser steigt. Nee, ich glaube nicht seit 1 oder 2 Wochen. Sind wir optimistisch, zu sagen, seit 1 Woche steigt hier das Wasser. Nachdem die seit 3 Monaten in den Käfigen da eingesperrt sind, sehen sie jetzt seit 1 Woche lang das Wasser steigen und denken sich, scheiße, die Zwerge sind Arschlöcher. Ich habe immer noch das Gefühl, es kommt da unten. Irgendwann kommt irgendwas. Aber da es jetzt von Anfang an nicht da war, müsste das doch hier mit Meldung dann nur passieren. Lass sich bei einem Siege und so weiter. Das ist jedenfalls meine Vermutung. Ein Schwimmbad mit Wasser fällen? Also das habe ich jetzt auch noch nicht versucht. Also mit Wasser arbeiten, ja. Jetzt wächst den Dappenpilz mit auf der Schießanlage. Also ich habe festgestellt, warte mal, wo wir gerade hier von wegen mit Spielabbruch und so weiter. Ich würde einmal gern kurz speichern. Ich müsste auch dann kurz während des Speichers, das dauert ja dann 1-2 Minuten, auch einmal kurz wohin. Ich wäre gleich wieder da, keine Sorge. Dann machen wir mal weiter. Ich habe jetzt nur keinen Bock, jetzt bin ich schon 2 Stunden am Stream. Wenn mir das wegschmiert, dann muss ich das alles nochmal machen. Deswegen einmal kurz den Speichern. Ihr seht jetzt einmal kurz meinen wunderschönen neuen Pause-Bildschirm. Und dann bin ich gleich wieder da. Sorry. So, da bin ich wieder. Sorry. Und jetzt laden wir auch wieder. Und dann wird das alles nicht, dass hier was kaputt geht. Ich habe da keine Lust drauf. Einmal so eine Stunde verlieren will man nicht. Zwei durch die Krise kriegen. Dann würde ich hier direkt ausmachen und wäre weg. So, was habe ich verpasst? Fünf Meiner sind beim Bau deiner Schwimmanlage gestorben. Das ist schade. Ich habe bei meiner Ghoul-Erstellung immer nur einen Zwerg verloren. Das war erfolgreich. Ein Toter zählt als Erfolg. Der D-Effekt kann man Quicksave sogar machen. Ach so. Gut, dann muss ich das D-Effekt mir doch nochmal genauer. Ich mag das nicht, weil das geht ja halt. Und man kann damit halt sehr viel Scheiße bauen und auch mehr oder weniger cheaten. Ui, hui. Ui. Hiu. So. Möchte Teil der Festung werden. Kämpfer oder eher im Hintergrund? Das frage ich einfach mal so. Nur falls du nicht gerne drauf gehst. Bisher hat es erst den Ernie erwischt. Also, Leute, die Namen kriegen, sterben gerne. Ansonsten gebe ich dir irgendeinen Job. Irgendwas Nützliches. Pharma. Ganz ehrlich, so nützlich sind Pharma in dieser Festung, nicht? Weil die Necromancer essen nicht mehr wirklich viel. Gehe ich jedenfalls von aus. Unser Essens-Stockpile, der... Wenn ich den nicht limitiert hätte, das platzt. Wir haben Fleisch, wir haben Fisch und so weiter. Pflanzen, Massen. Wir haben so viel Zeug. Ich mach... Genau, ich mach aus dir einen Engraver. Wenn ich noch einen Engraver finde... Da guck mal, hier ist ein Engraver. Der detailliert gerade eh den Fußboden. Saufen tun sie noch, aber ich glaub nur in der Taverne. Ich glaube, die holen sich so ihr... Ne, trinken holen die sich, glaub ich, doch... Also, ja. Ich kann ja auch aus dir nicht... Also, nein. Du willst Totenbeschwörer sein, ne? Du, ich mach aus dir auch einen Totenbeschwörer. So. Und dann war es Customize-Name. Und dann muss ich jetzt nochmal gucken, dass die auch ja die richtige Reihenfolge haben. So. So. Da du irgendwo unten hier in den Schlafzimmern rumengravesst, wird dir auf alle Fälle als letztes was passieren. Warum ist das jetzt schon wieder weggesprungen? Ah, die Heimat kommt. Ja, es ist ja auch der siebte Monat. Im siebten Monat kommt immer das Zuhause. Halt F1 wollte ich. Und dann... Moven wir erstmal wieder alles hier hin, was wir an Finish kurz haben. Die sind nicht wieder, oder? Ich mach mir gerade wieder Sorgen, dass sie bestimmt deswegen irgendeiner Petition schon wieder... Ne, Quafts. Boah, ich hätte sonst so die Krise gekriegt. So wie letztes mit den Figurinen, wo sie gesagt haben, ne, wir wollen keine Figurinen handeln. Und in allen möglichen Kisten waren Figurinen drin. So, schleppt mal alles da hin. Und den Trailer wollen wir natürlich auch hier haben. Und jetzt verlieren wir bestimmt wieder den Bürgermeister. Jetzt bin ich bestimmt gleich wieder kein Bürgermeister. Weil ich jetzt gerade handel. Oder nach der Karawane kommen dann meist nochmal die Goblins immer zu Besuch, ne? Das war, glaube ich, in letzter Zeit immer so. Dann können wir unseren Goblins Dogball hier oben wieder auffüllen. Einer der Besucher geht gerade. Ist nicht schlimm. Wo ist die Karawane? Ist egal. Irgendwann kommt sie. So, jetzt ist mir gerade eingefallen, ich hätte hier unten keine Treppe nach oben bauen müssen, sondern auch wieder eine nach oben und unten. Dann hätte ich von hier aus direkt weitergraben können ins nächste Cave. Ich glaube, man kann die nicht wieder... Guck mal, die Spinne kommt gleich hoch. Die steht schon auf der Treppe. Und hat da ihr Netz gebaut. Super. Danke. Danke für nichts. Karawane. Da. Ich sehe bestimmt, hier ist das Asser wieder ewig voll, weil die ganzen Merchants kommen. Sind jedenfalls eine Menge. Das ist gut. Haben wir jetzt noch irgendwas Böses gefunden? Jetzt sind wir ja, glaube ich, schon auf der dritten Seite. Nein, ist alles noch freundlich. Alles ist gut. Solche... Jetzt haben wir hier... ...menschliche Händler-Ghule? Für eine Spur... Das hier, das... Also, das wird wahrscheinlich eher Blut sein. Also, wenn hier irgendwelche Spuren sind, ist das eigentlich Blut? In dem Fall ist es aber Sand. Ist es Sand? Okay, es ist Sand. Normalerweise sind Spuren immer Blut, so wie hier oben. Oder? Warum ist das... Das sieht doch rot aus. Ich könnte mich auch irren, ich habe eine leichte Farbsiehschwäche. Genau, das wäre es nämlich jetzt gewesen, was wir jetzt ausprobieren wollen. Eine Treppe auf der Treppe zu bauen. Wenn ich jetzt DI hier raus mache, ob ich dann hier sozusagen tiefer komme. Nee. Oder unter... Also, man muss das ja unter Bild machen. Für Bild Shift-C und dann die Up-Down-Stair-Rampe X. Achso. Ach, das muss ich einzeln machen. Nee, kann ich auch groß. Ist so, wie bei Al... Wie bei Al mitbauen. M, K, K. So, das habe ich hier Up-Down-Stair-Rampe X. Und baue ich es mir egal, woraus. Die Steine scheinen in der Nähe zu liegen. Hier kommen neben dem alles, was hier in der Nähe ist. Und gucken mal, was dann passiert. Ob sie da ist dann so eine Treppe gebaut kriegen. Halt, so. F1 ist immer noch der Handelsposten. So, 1, 2. Fünf Wagen diesmal. Ach, schön. Ja, und das ganze einsame Fußvolk. Das kommt ja aus allen möglichen Ecken noch angelaufen. Es dauert wieder Wochen, bis die da sind. Mein Händler ist schon hier, natürlich. Aber, und wie gesagt, jetzt kommt hier das Problem. Oder nicht Problem, sondern das seltsame. Jetzt wird diese Liason, der Diplomat, nicht mit uns sprechen. Das hat er, glaube ich, noch nie, wenn die Heimat gekommen ist. Das kommt immer bei der, das kam jetzt ja, wie vorhin auch bei der Menschenkarawane. Wir haben also anscheinend eine bessere Bindung zu den Menschen, als zu den Zwergen. Gefühlt zumindest. Das ist aber einer von uns, der eine da unten. Ja, aber der nicht. Boah, ist das Problem. Man muss ja warten, bis alle da sind. Und der hat sich anscheinend, so langsam wie der geht, hat sich dieser Zwerg da in der Karawane den Fuß gebrochen oder so. Da kommt noch ein Esel mit einem Fass auf den Rücken, das aber wieder wegläuft. Ach, ihr habt doch wieder alle. Alle wieder gesoffen, diese Zwerge. Achso, und ich habe jetzt gerade ein Meeting. Okay, ist in Ordnung, wir haben ein Meeting. Achso. Wie waren jetzt die Nächsten? Ich glaube, wenn man Metropolis hatte, man sieht hier oben sozusagen den Rang der Stadt. Das ist ja aktuell eine Metropolis. Was kommt denn danach? Kingdom und so weiter kommt noch nicht. Man ist ja nachher auch, kommt ja auch wieder mit Herzog und sowas. Da kommen ja noch irgendwelche seltsamen Adelsränge. Da ist man, glaube ich, kein Bürgermeister mehr, sondern irgendwas anderes. Irgendwas war da. Lang, lang ist es her, dass ich da mal drauf geachtet habe. Jetzt wächst uns dieses ganze Kraut sogar in dem Tunnel. Das sieht man überall, wo kein vernünftiger Boden ist. So, kann ich jetzt schon? Nee, ne? Nein, es ist ja noch nicht alles da. Alter, da ist er, der mit dem kaputten Fuß anscheinend. Der lässt sich Zeit. Können wir unten nochmal gucken, was ist aus der Treppe geworden? Das hat geklappt. Okay. Wollen wir da, wenn wir in Cage 1 nichts gefunden haben, direkt durchstoßen bis Cage 2? Das kommt ja, glaube ich, 10 oder 15 Teils tiefer. Könnten wir ja theoretisch direkt machen, ne? Cage 1 war jetzt ja entspannt. Passiert ja nichts. Nix da. Ich kann immer noch nicht traden. Achso, ja. Bei Commander Hinkefuß da hinten. Das ist ja hier einer für den Aufpassern. Der Extwarf. Der lässt sich Zeit. Solange der nicht da auch steht, fangen die nicht an. Immerhin scheinen sie schon alle, unsere Kisten oben zu haben. Die haben jetzt ja immer einen ewig langen Weg dahin. Interrupte bei Troklodyt. Jetzt werdet ihr schon von Troklodyten aufgehalten, was wegzuräumen. Die tun doch nichts. Troklodyten sind doch freundlich. Alter. Die Händler sauen einem alles zu, ne? Gut. Es ist immer noch nichts Böses aufgetaucht. Auch wenn sie anscheinend vor dem Troklodyten Angst haben, wenn sie ihre Sachen wegräumen sollen. So. Jetzt ist der Typ da. Kann ich jetzt handeln? Nein. Weil ihr immer noch am Ausräumen seid. Ich möchte schon gerne handeln. Der steht da. Auch einer von den Zwergen. Was ist denn hier los? Was macht ihr hier? Das sieht jetzt aber gerade schlecht aus. Was ist hier passiert? Moment. S-A-M. Hier. Ich weiß nicht, was los ist. Aber ihr geht mal hier hin. Hier ist ja Blut und Theater. Und äh... Ist mir egal. Gleich beide Squads hier hin. Was ist hier los? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Einmal nicht aufgepasst. Hallo Memo for the record. Wer ist das? Sieht einer von euch was Böses hier? Irgendeiner? Oder... Hmm... Uh... No problem. Uh... But, uh... My English skills are very low. So, uh... I'm sorry. So, I must... Äh... Commentary in general. Ich habe gerade die Befürchtung, dass unsere Händler sich nicht mit unseren Ghoulen anfreunden. Das sieht jedenfalls sehr danach aus. Oder es sterben gerade alle. Und ich kriege es nicht mit. Wir sind 198. Wir haben einen verloren. Wir haben einen verloren. An wem? Also, meine aktuelle Vermutung ist, die Händler mal mögen unsere Ghoulen nicht. So. Okay. Kann ich mitleben. Wenn ich jetzt... Ghoul... Was? Ich habe Ghoul falsch geschrieben. Nee. GH. Ich kann nicht nach deren Jobs suchen. Also, was hinten dran steht. Das ist schlecht. Was sagt denn mein Militär? Warte. Wenn ich jetzt unter der S gehe... Hier ist das Scheid anscheinend noch immer nur stationiert. Ich weiß gerade nicht, was hier los ist. Die werden unterbrochen von den Troklodyten Returned Ghouls. Das unterbricht die beim Arbeiten. Aber die Troklodyten Returned Ghouls... Da... Ist ein Wild Animal. Also ist auch caged. Eins ist freundlich. Zwergenghule. Okay. Ich habe mein Militär jetzt ja hier hingeschickt. S, A, M. Das kommt ja da überall. So. Stell dich mal da hin. Oh. Es war ein Escape zu viel. Das Spiel wird gerade ein bisschen träge. Weil ich glaube ich gerade selber nicht weiß, was hier los ist. Ich gehe einfach wieder an Ebene höher. Zwei. Und gucke beim Händler. Wollen wir traden? Nein. Ich glaube die kämpfen gerade gegen die eigenen Leute. Oder die kämpfen gegen die Ghouls, welche die eigenen Leute wiederbelebt haben. Hier ist alles Blut. Und ich weiß nicht warum. Weil es gibt hier keinen Feind. Das Militär steht da einfach rum. Macht nichts. Weil es gibt keinen Feind. Und trotzdem schlagen die sich die Schädel ein. Wenn die das nicht mitkriegen, die arbeiten einfach friedlich weiter. Das Problem ist, die müssen jetzt an diesem Gemetzel halt immer noch vorbeilaufen. Und deswegen läuft jetzt die ganze Zeit dieses Oh Gott Interwartet by Combat. Combat. Combat.